Papa, ich hab Angst, da draußen ist jemand. Komm bitte schnell nach Hause. Papa, beeil dich. Ich weiß nicht, wo Mama und Oma sind. Sie sind noch nicht zurückgekommen. Und Mama geht auch nicht ans Telefon. Papa, hier ist jemand im Haus. Papa, ich hab Angst. Papa, ich hab Angst. Untertitelung des ZDF, 2020